Eine Durchsage an das Ordnungsamt bzw. die Versammlungsbehörde. Auf unserer Versammlungsfläche können die letzten Reihen aufgrund der Gegenveranstaltung, die ebenfalls mit Lautsprechern agiert, nichts mehr verstehen. Bitte kümmern Sie sich um eine angemessenen Lautstärke. Wir sind hier die Hauptveranstalter und wir wollen gehört werden. So, wir gehen jetzt nach 30 Sekunden am letzten Abend, wo die Versammlungen an die Polizeisinformationen auflösen und unsere Leute betteln, auf die Leute einzuwerben mit demokratischen Mitteln, die wir sich auszumachen. Also als Versammlungsleiter unserer Versammlung fordere ich nochmal die Einsatzleitung dieser Gegenversammlung, die gegen Pegida auf der Straße ist und die Hauptversammlung in diesem Moment stört. Bitte drehen Sie Ihre Bässe zurück. Wenn ihr euch langsam bereit macht, wir werden die Versammlung also in wenigen Sekunden beenden, dann eine neue Spondi anmelden, irgendwo in der Stadt, wo der Börer zu uns kommen wird. Und dann bitte wendet euch an die Gegendemus persönlich, im demokratischen Gespräch, im direkten Diskurs. Johannes, bitte drehen Sie. Untertitelung des ZDF, 2020